hallo schön freunde und willkommen zurück zu let's play the senate ein super mario world rom hack und wir spielen jetzt hier weiter erneut mellon mountains 5 ist aber so in der letzten folge war ich ziemlich angepisst abgefuckt und nachdem ich jetzt einen keks gegessen habe geht es mir auch wieder ein bisschen besser es ist ich halte nach wie vor an dieser idee fest dass ich wirklich eine review dazu machen werden irgendeine video review für den ersteller damit er mal sieht was noch sein ich weiß ein heck ist ja schon auf version 1 3 das heißt er muss ja ein paar fehler gefunden habe ich meine kinderkrankheiten hat hat wirklich jeder mein sein auto sei es ein hack sei es software sei es sei es eine hardware habe ich alles schon erlebt ja aber dann auch gott super jetzt muss ich noch mal das secret exit machen oder ich springe in den tod ja wir springen in den tod ist mir selber ich habe mittlerweile so eine eidung give a shit not a single fuck was given that day einstellung sei ich ganz ehrlich die einstellung habe ich hier momentan so scheiße auf den pilz den brauche ich wahrscheinlich eh nicht weiter weiter Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! meine fresse so wenigstens haben wir jetzt das hier ja ist klar super halte ich doch dran fest oder willst du mir sagen mit einem fetten spagetti fingern kriegst du dich mal auf die rei dich an dem simpel im seil festzuhalten italienischer fettsack diese inkompetenz ich werde jetzt bestimmt nicht noch mal diese ganze scheiße hier durchspielen soviel steht fest so festhalten ja darüber da geht doch was war daran jetzt so schwer meine fresse ich muss irgendwie jetzt an one-ups kommen ehrlich war fühle mich nicht wirklich wohl mit der 2 da vorne so mal maulen menten es genau melden mountain 6 so na komm rein da wie schön wieder megaman 2 musik ein bisschen was zur abwechslung ein bisschen schwimmen haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt dann 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 ja so far so far und so wenigstens habe ich jetzt noch mal jetzt ein 1up mehr. Oh Gott, nicht diese Knutschbacken schon wieder. Sehr gut, jetzt haben wir schon mal vier. Sehr gut. Wird ja alles etwas besser mit der Zeit. So. Gut, jetzt haben wir wieder fünf. Das macht es etwas besser. Sag ich ganz ehrlich. Das macht es wirklich etwas besser. Ach ja, genau. Ich bringe den einzigen Fisch in diesem scheiß Tümpel. Ei, 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 also... Pendulum Castle. Oh, interessant. Ja, genau. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Das darf doch alles nicht wahr sein. Nein, spring! Ah. Oh. So, Oma da unten rum, gehen wir mal oben rum. Okay, ein P-Switch, da unten sieht es aus wie einer. Vorsichtig, du weißt nicht, was auf dich zukommt. So, auf da. Oh, komm. Ne, da springe ich jetzt noch nicht rüber. Jetzt aber. Oh, super. Also bisher lässt sich das Level ganz gut spielen, möchte ich mal behaupten. So. Okay. Ah, okay. Okay. Nein, da. Geht doch. Okay. Was soll ich denn machen mit dem? Super. Ach du liebe Zeit. Ich muss doch noch dreimal auf den drauf springen, oder? Sag mir bitte, ich muss einfach nur dreimal auf den drauf springen. Ich glaube, das mit dem P-Switch, mit dem Puzzle da vorne hin, mit der Resetor, das haben wir schon hinter uns. Boah, das war knapp jetzt eben. So. So. Du bist aber an der Nase, Jochen. Ah. So. Ach komm, wie soll, ey, wie soll man den besiegen, bitte? Oh Gott, ich seh's schon, komm, ich darf den ganzen Scheiß gleich nochmal machen. Ich seh's echt schon kommen, Leute, ich seh's echt schon kommen. Wie gesagt, ich hab momentan so eine ein-um-give-fuck-Einstellung gerade. Und wenn es wirklich darauf hinauslaufen wird, dass ich hier mit Safe States an die Scheiße dran muss, dann mein Gott, dann soll's eben so sein. So. Auf ist, nochmal. Ach, jetzt komm schon! Ernsthaft? Wenigstens etwas. Ich, ich bin hier echt kurz am, kurz vorm Verzweifel. Ja, super! Also, wenn das schon so anfängt, sehe ich schon kommen, dass ich hier den Rest gar nicht mehr schaffe. Ja, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, jetzt fail ich nur noch. Wisst ihr was, ich mach jetzt hier einfach mal einen Cut, ich glaub, ich brauch mal eine kurze Pause. Macht's gut, Freunde, bis zum nächsten Mal.